Ich würde gerne einen Brief mit dir teilen. Und zwar einen Brief einer älteren Dame, die im Sterben lag und die nochmals über ihr Leben nachdachte. Könnte ich mein Leben nochmals leben, dann würde ich das nächste Mal riskieren, mehr Fehler zu machen. Ich würde mich entspannen, lockerer und humorvoller sein als dieses Mal. Ich kenne nur sehr wenige Dinge, die ich ernst nehmen würde. Ich würde ein bisschen verrückter sein, würde mehr Berge erklimmen, mehr Flüsse durchschwimmen und mir mehr Sonnenuntergänge anschauen. Ich würde mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen. Ich würde öfter ein Eis essen und weniger Bohnen. Ich hätte mehr echte Schwierigkeiten als Eingebildete. Müsste ich es noch einmal machen, ich würde einfach versuchen, immer nur einen Augenblick nach dem anderen zu leben. Anstatt jeden Tag, schon viele Jahre im Voraus. Könnte ich mein Leben nochmals leben, würde ich im Frühjahr früher und im Herbst länger barfuß gehen. Ich würde häufiger die Schule schwänzen und den Menschen öfter mal eine Freude bereiten. Wenn dich diese Worte berührt haben, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben und schreib mir einen Kommentar unter dieses Video. Schön, dass es dich gibt. Dann beyon.